willkommen zurück zu einer weiteren runde fallout 76 und ich hab das mausi dabei so jetzt wollen wir noch mal hier die restlichen questen machen bevor das nächste ausrufezeichen kommt weiß ich box jetzt erst mal den google weg ich brauche ego dann kümmern wir uns erst mal um andere noch mehr fleisch und noch mal das dampft schön im gesicht war so dann schauen wir mal was haben wir denn jetzt hier schönes muss ich noch bis hinten durchlaufen oder mega vor Ort hier so gut dann muss ich doch noch bis hinten durchlaufen gironimo weil mausi mir das befohlen hat was da sagst du nichts gegen ich laufe ja schon peitsche ist akzeptiert ja ich habe das gehört ja soll es ja jetzt ruf mich zu blocken fall um der werker schlagring so gut sind da ich dich doch auch meine güte immer diese blutadler hier mhm fleisch so laufen 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 ich komme zu dir mein kryptid das flatwoods monster was sogar siedler in in die redouille zieht oh wei oh wei oh wei das ist unfair kommst du da unten mal raus dankeschön ich möchte dir schön ins gesicht boxen danke für deine probe dass die siedler dir gar nicht geholfen haben da hinten ach jetzt sind sie auch weg okay ich habe nichts gesagt die haben angst gekriegt ich stinke halt zu sehr soll ich mal nach dem deodorant gucken ja aber bitte extra stark nicht meine kleinen zecken probe wird analysiert hm ich weiß die krabbelt sonst auch noch mal einer rum ich höre dich analyse abgeschlossen ja da datenbank aktualisiert plups und nochmal ein problemlöser schwarzpulvergewehr naja der schredder freut sich dann habe ich jetzt noch boomer oieieieiei das hört gar nicht mehr auf maus die questen gehen nicht zur neige sie werden immer mehr nein doch eigentlich gut wieder legendäre scheinchen und nochmal sexual array oh man ja so wo sind diese bomben na wo hast du die bomben versteckt oh chemical roboter zerkloppen so komm mal her kriegst du einen an dütschel hier oben müsste auch noch einer sein ne diesmal nicht gut auf zu chemical in der hoffnung die bomben schnell zu finden so jetzt aber gas geben bis jetzt ist noch kein ausrufezeichen event gekommen ich glaube das spiel mag mich jetzt doch jetzt gönnt mir die questen geben sie sich zu erkennen eindringling so aber ich habe gleich nochmal ein level up töten genau töten 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 so zerstör mir nicht wieder meine rüstung da oben ich habe doch keine zeit ja level up 65 bitte verlassen Sie den Bereich bis die Ordnung wiederhergestellt wurde so schnell 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 vorher nicht mit jedem ruby fighten bomben abgeschlossen weglaufen keiner hat ein ziel das ziel ist doch schon längst wieder weg ist abgedüst ach verdammt hat mich noch ein ghoul erwischt war nicht schnell genug nächstes mal muss ich schneller werden noch schneller noch schneller ich muss so den hyperdrive aktivieren weißt du ach ja naja na komm auf zur Lounge ja genau warum versucht ihr es überhaupt so große jäger noch aktiv den Weg würde aber auf jeden Fall noch schaffen oh wir haben umschwärmt Morsi und ich muss noch einen Mailurk töten und da hinten sind schon die Kröten schnell zu den Kröten dann kriegen wir die Mailurks auf der anderen Seite so machen wir euch hier fix alle und dann können wir dann nämlich vorne umschwärmt gleich mit nutzen und natürlich bin ich jetzt überladen nein so schnell alles mal hier kleiner machen hier reinschmeißen und ab zu umschwärmt gehst du dann in die Mitte? ja da kann ich nämlich draußen rumrennen ja was heißt draußen um der Insel herum go Morsi und zwar mit großen Meierlerks sind unterwegs zur Insel auf dem See von Grafton um zu brüten lassen sie nicht zu dass sie die Königin rufen sie wissen ja was dann oh sie ist ja schon da Brügel Brügel Blocken hilft nicht was ist er da hinten? was ist er da hinten? Chironimo und euch kriegen wir hier auch nochmal ein nach dem anderen hier Königin ja nicht so schlimm kriegst du trotzdem gerne kriegst du keine Anleihen hier gibt's Weichteile verkloppingen kommen sie her nicht so wirklich dann schwimme ich halt zu euch der ist ja schon tot so unter Wasser nicht hauen kann das ist doof da ist ja noch einer erwischt so mal wieder ein bisschen right away einpfeifen hier und jetzt brauche ich noch einen Hirsch oh Gott und der ist natürlich oben ein Crater den Juden Hirsch aber wenigstens ein Kern mehr ich hab zwei gekriegt ah ok ich hab nur ein gekriegt aber spricht für dein Glück Maus Maus so alle hops ein Hirsch hab ich bekommen sogar alle drei diesmal mega luck ich lauf dir aber nicht hinterher ich bin doch nicht blöd so haben wir noch einen Hirsch hier nö ah krieg ich den Vox Dolmetscher noch hin bestimmt bestimmt da müsste ich mal überlegen was ich jetzt eigentlich meine gerne jetzt wieder investiere hm habe ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken so richtig drüber gemacht könnte natürlich wieder in Kreuzretterpistolen investieren ich müsste eigentlich mal gucken dass ich meine Rüstung ach es gibt noch so viel was ich machen soll hm hm was sagst du Maus hm was denn ja hat schon nicht zugehört ne ne schönen Dank immer diese Nicht-Zuhörer Maus hm 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 so einmal jetzt hier noch Holoband sagst du es bitte jetzt äh in was ich meine Pärnchen investieren soll ja weiter 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 ja ob jetzt zum Beispiel eine Waffe oder doch eher eine Rüstung achten Sie darauf den Mindestübertragungsabstand zum Pfeil einzuhalten während Sie die erforderliche Menge auf den Daten der jeweiligen Probe sammeln viel Glück das stellt sich bei mir jetzt gerade die Frage aber ich glaube ich werde diese Woche noch mal also diese Aufnahmesession nochmals sparen da kann man nächstes mal ein bisschen mehr machen oder nicht ja ganz normal so Kröter haben wir Übertragung eingeleitet ach komm da haben wir eh noch ein bisschen Zeit hier ich will dich töten und fressen hast du Angst mache ich dir Angst und jetzt du hast mir mega Angst wenn du da nur in der Mitte sitzt ach aber jetzt bin ich es jetzt stirbst du ne ich sterbe los du riechst wie Futter und du riechst gleich zermatscht dieses Ding macht es mir zu leicht heute Nahrung zu finden ich bin euch unglücklich hab Angst vor mir so dann brauchen wir ein Karnickel ein kleines Karnickel da muss ich jetzt aber aufpassen da darf ich jetzt nicht mit Stealth drauf schießen weil sonst äh rot schon wieder wechseln komm das dauert momentan immer so lange bis man sich bewegen kann nach dem Porten so Kaninchen Giltiges Vox Dolmetscher Subjekt gefunden Übertragung eingeleitet du kannst mich nicht töten ich bin zu schlau nein kann ich nicht ich sollte hier Kacka machen damit das Raubtier meine Spur verliert ich bin doch mal mega Raubtier hier es war dumm mich anzugreifen boah oh nein so viel Angst muss weglaufen na lauf man ich komme hinterher diesmal definitiv ich hab doch gar nichts getan na ja oh nein das könnte schlecht sein Box Übertragung erfolgreich empfangen finito und jetzt fehlt nur noch ähm Yaogwai bei Mausi ha 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 dein an dein Camp ist ein Yaogwai will nicht totschießen echt soll da sein war ich gespannt hm ich seh keinen na der soll hier hinten ein bisschen sein oder ist der schon tot ich hab nichts tot gemacht Hartpanzermeile ich glaube ich hab den Bären gerade gefunden wer hat ein Seel ne das war ein super Mutant hört sich immer gefährlich an mit den Mietenpistolen hier aber wo soll denn hier bei dir ein Bär sein also ich weiß hier ein random Spot aber das war doch kein Fester oder ne gut bevor ich mich jetzt hier zu dem dumm und dämlich suche gehe ich meine Lieblingsbären jagen denn auch Lieblingsbären sind Bärchen warum kommt mir jetzt die Gummibärenbande im Kopf typisch du bist ok dam 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 haha gültiges Vox Dolmetscher Subjekt gefunden Übertragung eingeleitet ja wollen wir uns battlen? komm jetzt stirbst du dieses Ding macht es mir zu leicht heute Nahrung zu finden jetzt bin ich sauer na dann sei mal sauer kämpft nicht gegen mich Futter macht Spaß mit dem Futter zu spülen du haust dich nur selbst beim Freund ich will dich wüten und fressen lauf nicht weg ich bin wütend ich will dass du stirbst hast du Angst mache ich dir Angst und jetzt Autsch ich war nicht in der Stimmung zu spielen aber jetzt bin ich es so jetzt bin ich dran ja ich wurde gelobt Mausi ich habe gute Arbeit geleistet Ah, was, Turtle. Hm, jetzt noch mehr. Hm. Ah, jetzt habe ich aber heute mal wieder nicht die Glücksstreffer geschafft. Da soll ich jedes Ausrufezeichen-Event mitnehmen, ne? Wollen wir mal schauen, dass wir dann demnächst vielleicht wieder mal ins Hole reingehen und da vielleicht nochmal eine Runde Blei holen. Wollen wir sowieso bald Munition machen. Mal wieder alles so ein bisschen angleichen. Damit es auch passt. So. Oh, Waffe rein. Da, bitteschön. Und einmal Daten abgeben. Bitteschön. Passt. Wackel quietscht und hat Luft. Hm, auch hier die Mischling-Horde, die kann ich auch nochmal mitnehmen. Wenn schon, denn schon. Ist das jetzt die letzte Akt? Der gute letzte Akt. Oh, das hört sich nicht gut an. Als wenn sie schon wieder alle sterben, ja? Lasst mein Hundi. Ich will so ein Hundi haben. Kommen wir jetzt alle entgegen. Dann pügelen wir euch doch alle, ja. So. Jetzt muss ich mich hier aber nochmal in Müll. Da kommen noch mehr Hundis. Falsche Hundis. Falsche Hundis. Mit nem Minigun. Oh, echt mal. Mit drei Miniguns. Mit vier Miniguns. Jetzt reicht's aber hier. Jetzt kriegt der erstmal auch Schmute hier. Du willst jetzt auch nochmal? Ja, komm her, her. Bisschen viel Minigun waren jetzt hier. Da haben wir eine. Da ist noch ein Hund. Der wusste nicht wohin. Jetzt hab ich die anderen Leichen verloren hier. Nein. Muss mir sowieso nochmal leer rüppeln hier. Kriege hier sowieso nochmal einen super Mutant ab. Aber dass meine Werkstatt gar nicht nochmal ein weiteres Mal angegriffen worden ist. Ah, hier. Na. Kommst du her, Hundi. Okay. Haben wir hier alle zerdeppern. Passt. Gut. Nichtsdestotrotz. Oh. Was haben wir denn da? Der Angler und der... Der... Okay. Hier prügele ich mich jetzt nochmal durch. Ach stimmt. Das wurde ja überrannt. Ich bin hier aber nicht hergekommen, weil ich dann was anderes immer gemacht habe. Ah. Da war was. Na gut. Dann nehme ich jetzt hier aber doch den Kleber mit hier. So, alles hier einmal kurz verprügeln. Ich will wieder überladen. Na, da ist noch einer. Den einen können wir noch mitnehmen. So. Jetzt aber. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.